Super. 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 kennengelernt und hat dann von sich aus beschlossen, mich zu adoptieren, was nicht einfach eine carte blanche war, um jetzt Shushab und Indianerin zu werden, ganz im Gegenteil, mir wurde ganz klar gesagt, wenn ich meinen weißen Hintergrund aufgeben würde deswegen, dann würde ich die Adoption nicht richtig verstehen und es ging darum, mir deren Denkweise und deren Kultur auch beizubringen, um ihnen europäische Denkweisen erklären zu können, genauso wie hier eventuell indianische Denkweisen zu vermitteln. Aber als allererstes kurz diesen Ausschnitt noch, Moment, da müsste ich eben, eine Sekunde, ich hoffe, es klappt jetzt so, wie ich das haben möchte. Nur die Ruhe, kommt schon. Die Technik will manchmal nicht so, wie ich es möchte. So. 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 Der Link zu dem Video, den werden wir nachher auch in den Chat setzen, aber jetzt ganz kurz, weil Evelyn, die euch ja in der GfBV 2017 auch besucht hat und da wurde ein Interview mit ihr gemacht und jetzt gebe ich gerade den Bildschirm an Caro zurück und möchte sie bitten, das kurz einzuspielen, um sie da auch zu Wort kommen zu lassen. My name is Evelyn Camille und I am from Kamloops, British Columbia, und I live on a reserve or reservation set aside for the First Nations people. Many of them could not believe it, the non-First Nations that I talked to, they could not believe the cruelty that happened in residential schools because it was their ancestors that did that to us. There's no way they'll ever, no matter what they do, they gave us a few dollars, there's no way ever that I would ever get back the ten years that I was in residential school. And to get back the time that I should be learning my way of life from my community, age of five or six and even some younger, we were stolen from our home and put in residential schools. You will see pictures of it, huge, huge buildings where there was about 800 to 1,000 children within that one building and we were given a number and we were a number, we were not a name. To this day, I remember one of my numbers is 139, so when they called you 139, it's just like a prison, worse than a prison because the food and the discipline, we had not known that kind of discipline because our parents were very gentle, understanding people. But residential school was very cool and we called the black robes, the Catholic Church missionaries were the ones that stole us from our homes and we had some white education in residential schools. And I stayed there for about ten years and how I was able to maintain my language also, a group of my relatives from the same reservation used to get together. We stayed strong together because we gave each other the love and the strength to be able to survive each day within the residential school, within the system that we knew nothing about, but we had each other and together we were able to maintain our language and our family strength and wisdom within us. But if we got caught speaking our language, we were spanked severely with a stick or those wooden rulers and many of them also had straps, leather straps, and we were beaten by the guards, by the black robes. Our language and culture in our traditional ways was beaten out of us. So that's what changed me, the residential school. I became to hate discipline, the black robes, and I hated the church. It was a Catholic church. And I used to sit in church and look at the mountains and I'd ask, why am I sitting in here praying to something I don't know about, the cross and the suffering of Jesus. I tried to give my heart to the Catholic Church, but it was hard for me. It was forced on me. And I guess the more they forced it on me, the more I kept pushing it away. If they were gentle and kind to us, we may have accepted. Ja, dieser Besuch von Evelyn, ich habe das immer wieder ganz unmittelbar vor Augen, wenn ich dieses Video sehe. Es war sehr aufmüllend und sehr bewegend. Und hat eigentlich sehr gut nachvollziehbar gemacht, was sie ja als doch ältere Dame immer noch leidet unter dieser Zeit in der Schule. Tja, Nina, was sagst du weiter dazu? Sollen wir da kurz noch ein bisschen, oder möchtest du noch kurz noch ein bisschen erläutern, den Film, den du am Anfang gezeigt hast, weil er war ja voll in Englisch, hat vielleicht nicht jeder verstanden? Ja, es ging darum, erstmal auch ein paar Eckdaten zu geben. Ich versuche im Omic meine Screen nochmal zu teilen. Ich bin mal auf neue Freigabe. Ja, das Problem ist bei diesen Schulen insgesamt, dass die Art und Weise, Kindern was beizubringen, halt vollkommen anders war als das, was die Kinder gewöhnt haben. Also auch in einem Video, wo Evelyn sagt, dass sie anfing Disziplin zu hassen zum Beispiel. Es ist nicht so, dass es in indianischen Familien keine Disziplin gibt. Im Gegenteil, wenn die Eltern was sagen, dann macht man besser das, was die Eltern sagen. Sonst gibt es Konsequenzen. Aber die Art und Weise, wie Disziplin beigebracht wird, ist vollkommen anders. Die Art und Weise, wie Arbeit geteilt wird, ist auch vollkommen anders. Und dass diese Dimension des Bestrafens, sobald man Fehler macht zum Beispiel, war eine Erfahrung, die die Kinder überhaupt nicht hatten. Und eben auch die Tatsache, Sie müssen sich vorstellen, dass eben zum Herbst hin richtige Lastwagen, Viehlastwagen im Prinzip, zum Teil in die Reservate gekommen sind. Und die Kinder eingesammelt haben. Und einfach mitgenommen haben. Und die Kinder dann zehn Monate lang eben vom Reservat weg waren. Und das über mehrere Generationen. Wie gesagt, die letzte Schule hat erst 1996 zugemacht, auch wenn es dann nur noch teilweise eine Boarding-School gewesen ist. Aber um Ihnen das Ganze ein bisschen näher zu bringen, habe ich hier noch ein paar Bilder zusammengestellt. Und zwar erstmal auch, worum es einfach bei der Kernruppsschule geht. Hier oben sehen Sie ein Bild aus den 30er Jahren. Unten 2007 ein Bild, was ich selber gemacht habe. Sie ist, wie gesagt, 1890 in Operation genommen worden. Sie war die größte Schule tatsächlich in ganz Kanada. Hat in den 50er Jahren, also zwischendurch über 500, 600 Kinder beherbergt. Sie war aufgeteilt in der Mitte. Sie sehen meine Maus hoffentlich. Yvonne, kannst du kurz nicken? Ja, sehr gut. In der Mitte war halt das religiöse Gebäude, unten die Kantine. Die Seite war das Jungsteil. Dieses Teil war das Mädchenteil. Und da kommt auch mit dazu, dass die Kinder, sobald sie in die Schule gekommen waren, nicht nur nach Geschlechtern getrennt wurden, sondern auch nach Alter getrennt wurden. Das heißt, selbst ältere Brüder und jüngere Brüder durften zum Teil nicht miteinander kommunizieren. Genauso wie ältere Schwestern und jüngere Schwestern. Also Mädchen und Jungs sahen sich überhaupt nur, wenn es dann zum Beten mehrfach pro Tag in die Kapelle ging. Anfang der 80er Jahre ist das Gebäude dann von der Kamloops-Tashe-Chapmuch, früher auch als Kamloops-Indien-Band bekannt, übernommen worden. Und wurde tatsächlich auch weiter als Bildungszentrum erstmal geführt. Und zwar ist dann, in dem Mädchenteil unten war ein Kindergarten, hier in den oberen Fenstern. Das war der Raum, wo damals 1998 gebildet, einer der ersten Universitätscampy auf dem Reservat gegründet wurden. Es war eine Joint Venture zwischen der Simon Fraser University und der Schöchapmuch Cultural Education Society. War eine der ersten Initiativen, damit Leute die universitäre Ausbildung vor Ort bekommen konnten, ohne dass sie halt das Reservat direkt verlassen mussten. Die anderen Teile waren, in dem Teil war früher die Administration der Kamloops-Indien-Band. Nach und nach sind andere Gebäude drumherum zugegangen. Und so, dass, ich war jetzt das letzte Mal 2019 in dem Gebäude drin. Und mittlerweile sind nur noch Büros drin und plötzlich ist das Gebäude wieder vollkommen leise. Also ich habe es zu Beginn der 90er Jahre als extrem lebhaftes Gebäude genommen. Eben auch in dem Versuch, dass genau in dem Gebäude, wo halt die Sprache genommen wurde, die Sprache auch wiedererlernt wurde, die Kultur wiedererlernt wurde und auch eine Eigenständigkeit wiedergegeben wurde. Nur um kurz Ihnen zu zeigen, Kamloops liegt 450 Kilometer nordöstlich von Vancouver. Das sind die Rocky Mountains, das ist das Küstengebirge. Dieses Plateau, was auch ziemlich breit wird, wird oft immer vergessen, hat aber durchaus eine eigene Geschichte. Diese Karte ist wichtig, um Ihnen zu zeigen, wie Kamloops überhaupt fungiert. Kamloops kommt übrigens von einem Psychokarten vor. Kamloops, was heißt, wo die Flüsse zusammenfließen. Auf diesen beiden Seiten ist die Weiße Stadt und dieses ganze Areal ist Kamloops Indian Reserve No. 1. Es gibt also verschiedene, die dazu gehören. Und hier in der Ecke ist die Residential School besiedelt gewesen. Hier sieht man eine Luftaufnahme von da. Da ist das Gebäude. Und der ganze Teil hier hinten war im Prinzip das Gelände, wo auch Ackerbau geführt wurde. Und der berühmte Früchtegarten, Früchtbaumgarten, wo die Gräber gefunden wurden, das ist dieser Teil hier. Mittlerweile ist das Gebiet, also eine große Power-Arena, wo einer der größten Power-Haus in Kanada auch abgehalten wird, einmal pro Jahr, findet dort auch statt. Eine Frage kam auf, inwiefern, ja, warum, also hier ist, wie gesagt, nochmal die Residential School und die Gräber, die direkt da sind. Es gibt noch einen eigenen Grab, ja, Friedhof im Prinzip, wo andere Gräber es auch gibt, von denen zeige ich gleich ein Bild. Das ist hier bei der St. Joseph Church. Ich habe dieses Bild nur reingetan, um zu zeigen, wie weit das eigentlich entfernt ist. Das hier ist der offizielle Graveyard von Kamloops Indian Band heute. Von hier bis hier mit dem Auto fährt man ungefähr zehn Minuten. Ungefähr, ja. Da ist es die St. Joseph Church dran vorbei, geht die Eisenbahnlinie und das ist auch eine ganz, ja, interessante Art und Weise, wie heute auch noch gegenüber den Leuten, die auf dem Reservat wurden, verhalten wird. Also es gibt den Trans Mountain Train, der auch ein sehr touristischer Zug ist, der fährt genau hier durch. Und also, wenn er durchs Reservat fährt, dann fährt der Zug tatsächlich langsamer, damit man die Leute, die im Reservat wird, vom Zug aus beobachten kann. Der Zug fährt dann im Sommer durch und dann stehen wirklich die Leute da und winken aus den Fenstern. Das sind die Gräber, die heute auf dem Friedhof von Kamloops bei der St. Joseph Church, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, das sind alles Gräber von Kindern aus der Residential School, die dort beerdigt sind. Man sieht, es sind verschiedenste Arten von Kreuze, kein einziges der Kreuze, auch dort trägt einen Namen am Endeffekt. Das ist die Kapelle. Dieser Film ist ein Ausschnitt. Der Link ist dann auch später im Chat auf YouTube zu sehen. The Eyes of the Children ist ein Film von 1962, den ich nur empfehlen kann, weil er wirklich auch in Kamloops gedreht, ergibt einen unglaublichen Eindruck in Bezug auf den Alltag der Schulen. Und das ist halt die Kapelle, die in dem mittleren Teil des Gebäudes steht, wo halt immer gebeten wurde. Und so sieht sie heute aus. Das Foto ist leider etwas unscharf. Das heißt, das ist auch ein Raum, der wirklich voll wieder vereinnahmt worden ist, um unter anderem auch moderne Verträge abzuschließen. Dazu sei ganz kurz hinzugesagt, dass die Shushab, Shichwabmuch keinen generellen Vertrag geschlossen haben. Sie gehören zu den Nationen Kanadas, den ganz wenigen, die auch nie kapituliert haben, die nie insgesamt irgendwelche Verträge unterschrieben haben. Es gibt ein paar punktuelle wirtschaftliche Verträge tatsächlich oder in Bezug auf Bebauung auf dem Land. Aber sie sagen ganz klar, ja, we never surrendered. Ein paar, drei Bilder, die in Folge jetzt auch, die ein bisschen auch das illustrieren sollen, was sich die katholische Kirche gedacht hat. Weil, was auch bei dem Interview mit Evelyn rauskam, ein bisschen, die kanadische Gesellschaft und katholische Kirche, die katholische Kirche hat tatsächlich die meisten Residential Schools betrieben, sind davon ausgegangen, dass am Endeffekt die Indianer ihre Kinder nicht vernünftig erziehen konnten. Und sie mussten halt dementsprechend, wenn sie irgendeinen Platz in der Gesellschaft haben wollten, umerzogen, assimiliert werden. Und es wurde ihnen dann eben auch über die ganze Zeit, die sie in der Schule waren, immer wieder eingebläut, eingeschlagen, wie Evelyn es ja auch gesagt hat, dass ihre eigene Kultur halt schlecht sei, vom Teufel käme, dass ihre Eltern schlecht seien. Und wie die zweite Dame in dem kurzen Video, was sie noch vorgespielt hat, auch gesagt hat, die Kinder kamen aus einer Familie, in der es unglaublich viel Liebe gegeben hat, in der es Zuneigung gegeben hat, in dem es auch sehr viel körperlichen Kontakt gegeben hat. Sie müssen sich vorstellen, das sind Kulturen, in denen wirklich alle Erziehung über Learning by Doing gegeben wurde auch. Das heißt, in dem Moment, wo die Kinder abwesend sind, kann auch die Sachen nicht mehr beigebracht werden. Und aus dieser Kultur, einer sehr warmen Kultur, einer sehr strengen Kultur auch, ich habe es selber erleben können, also man wird definitiv sehr diszipliniert und aufgezogen, das ist keine Frage, aber die Disziplin läuft, wie gesagt, anders. Und auch bei dem Bild sehen Sie, hier ist ein Mädchen, was bereits fein rausgeputzt ist, das ist halt so das Ideale, wie man sich dann die Kinder halt vorgestellt hat. Da ging es den Kindern dann schon besser, sie waren bereits in der Schule, man dachte auch, dass es den Kindern dort tatsächlich eben auch insgesamt besser ging. Und das ist halt das Bild, wo alle am Endeffekt hin sollten, brave, gottesfürchtige Mädchen und Jungs. Hier nochmal ein kurzer Reminder auf diesen Film, wie gesagt, lässt sich auch über die Referenz aufrufen. Es ist ein Film, der wirklich auch als Propagandafilm in den 60er Jahren benutzt wurde, um zu zeigen, wie progressiv die Kernloops Indian School gewesen ist und da eben auch Weihnachten eine ganz große Rolle gespielt hat. Und jetzt kommen wir zu der definitiv Schattenseite, was Evelyn ja auch schon angesprochen hat. Im Prinzip ist das, was diese Schule wirklich den vielen Kindern beigebracht hat, Hass gewesen. Und es gab auch ein System, wo die Kinder sich gegenseitig denunzieren sollten. Und wenn jemand zum Beispiel die Sprache gesprochen hat und das dann von jemandem anders entdeckt wurde und diese andere Person es dann an die Mönche und Nonnen weitergeleitet hatte, dann gab es bestimmte Belohnungen, wie zum Beispiel besseres Essen. Und Sie müssen sich auch vorstellen, dass in einer Schule, in der die Kinder ständig unter Hunger gelitten haben, weil das Essen katastrophal gewesen ist, auch die ganzen gesundheitlichen Umstände katastrophal gewesen sind, deswegen hat es auch so viele Tuberkulosis-Tote gegeben, wenn man dann plötzlich ein bisschen besseres Essen bekommen würde, dann war das schon definitiv eine gute Belohnung. Was eben in diesem Film auch überhaupt nicht auftaucht, ist die Dimension der ganzen wirklich Züchtigung, Misshandlung und eben auch der sexuellen Misshandlung. Was auch ein extremes Druckmittel gewesen ist und auch was das auch dazu geführt hat, dass die Konsequenzen von der Schule bis heute sich extrem auf die Familien auswirken, weil ein anderer Grund dazu auch ist, die Kinder, wie gesagt, vom Alter von vier ungefähr bis 16 Jahren wurden dort hingeführt und das ist auch genau der Zeitraum, in dem man eben Parenting-Skills lernt, also lernt, wie man Eltern ist, wie man Kinder erzieht und wie man Liebe rüberbringt. Und wenn man selber als Kind keine Liebe erfahren hat, dann ist es halt extrem schwierig. Und bei Evelyn hat es zum Beispiel auch ausgewirkt, dass sie beschlossen hat, ihre Sprache ihren eigenen fünf Töchtern erst mal gar nicht weiterzugeben, weil sie gedacht hat, dass ihre Töchter somit eine bessere Chance hatten, sich zu integrieren zu können. Sie hat dann zu spät eigentlich gemerkt, dass es wirklich ein Riesenfehler gewesen ist. Ich habe oft mit ihr auch darüber gesprochen. Umso mehr engagiert sie sich heute auch in der Scalab School, das ist die Kermdubs eigene Schule, um eben den Generationen ihrer Enkel, Urenkel mittlerweile auch die Sprache wieder beizubringen. Zu den Gräbern zurück. Bei den verschiedenen Interviews, die auch zum Teil online zugänglich sind, wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die älteren Kinder tatsächlich diese Gräber selber graben mussten für die toten Kinder, die dort beerdigt wurden. Und ich bin dann bei den Recherchen auf dieses Dokument gestoßen, was eine monatliche Zahlungsliste ist aus dem Oktober 1939, wo zwei Namen draufstehen, Tommy Casimir und Charlie Isidore. Casimir und Isidore sind zwei große Namen auf Kermdubs Indian Reserve. Labor Excavation, also das ist tatsächlich, dass die für die Arbeit für Grabungen, welche Art auch immer, das ist da natürlich nicht präzisiert, tatsächlich und für auch die Konstruktion eines Zaunes bezahlt worden sind. Das heißt also auch durch solche Dokumente wird jetzt tatsächlich, kann bewiesen werden, dadurch, dass die jetzt auch langsam öffentlich gemacht werden, dass das, was die Überlebenden der Schule schon seit langem erzählen, dass es nämlich diese Gräber auch gibt, dass es keine Hirngespinste sind, wie lange abgesetzt wurde, dargestellt wurde. Das hier ist eine Karte mit allen Residential Schools, die es soweit in Kanada gegeben hat. Über 130 Schulen sind es gewesen. Diese Karte hingegen zeigt, der Code ist bei den roten Gräbern ist mittlerweile bestätigt worden, dass es dort eben Funde gegeben hat mit unmarkierten Gräbern, bei den roten Flagen, Entschuldigung. Bei den gelben Punkten sind noch Untersuchungen mit dabei. Bei einer Schule hier ist tatsächlich die Untersuchung abgeschlossen worden, ohne Funde und bei den ganzen grauen kleinen Markierungen steht die Untersuchung insgesamt noch aus. Und was also viele Survivors eben auch sagen, ist, es wird sich bei fast jeden Schulen ein Gräber finden. Was natürlich auch die offizielle Zahl der Toten extrem hoch holt. Das hier ist eine Übersicht von den Gräbern, die bislang am 1. März 2022 ist. Das ist von Wikipedia, aber die ist gerade erst upgedatet worden, deswegen erlaube ich mir Wikipedia zu ziehen. Was ich an dieser Liste extrem spannend finde, ist, dass die ersten bereits 1974 gefunden wurden. Das heißt, auch das ist eine Geschichte, die nicht erst seit gestern oder beziehungsweise letztes Jahr im Raum gestanden ist. Aber wie gesagt, es wurde nicht zugehört. Dieses Bild, was in dem Film am Anfang auch kurz rankommt, ist, glaube ich, eines der berühmtesten und mit denen eben auch eigentlich sehr viel Propaganda für die Schulen gemacht wurde. Es gibt eine ganze Reihe von diesen Bildern vorher und nachher. Der Thomas Moore ist übrigens jemand, der sonst nirgendwo irgendwie in Archiven aufzufunden ist. Er ist nur bekannt über diese beiden Bilder. Es gibt auch viele Beschreibungen dieser Bilder mittlerweile. Die andere Referenz kann man als PDF online runterladen. Ist ein sehr interessanter Übersicht auch, einfach um zugänglich zu machen, was eben die Hintergrundgeschichte von den Residential Schools ist. Weil nach wie vor es so ist, dass viele Leute, die, ja, es viele kanadische, weißkanadische zweifeln, dass die Schulen wirklich so schlimm gewesen sein könnten. Also das ist eine Meinung, die sich immer wieder auch breit macht. Auch mit Kommentaren, ja, mein Gott, ihr seid nun mal eroberte Völker. Also get over it, wie es so schön auf Englisch heißt. Lebt damit endlich und akzeptiert es endlich. Und also was habt ihr gegen die Schulen? In Europa hat es die schließlich auch gegeben. Und wir sind als Europäer sind auch durch dieses Schulsystem gelaufen. Wo dann zwischendurch von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, auch der Kommentar kam. Ja, was ist das für eine Gesellschaft, die so mit den eigenen Kindern umgeht? Das Bild nur kurz habe ich mit reingenommen, weil ich finde, dass es eigentlich wirklich sehr deutlich macht, wie auf der einen Seite die Lehrer, einer eben in, ja, gewandt, die anderen beiden in normalen Anzügen, breitbringlich und sehr selbstbewusst da stehen. Und wenn man sich die Jungs dahinter anguckt, dann sieht man eigentlich wirklich nur relativ verstörte Kinder, finde ich, wenn man sich das genauer anguckt. Und das ist auch eine Geschichte, die so langsam an den Tag kommt, weil so langsam die Jungs auch anfangen, darüber zu reden. Also es scheint relativ verhältnismäßig wenig sexuellen Missbrauch von Nonnen auf Mädchen gegeben zu haben. Verhältnismäßig. Der sexuelle Missbrauch von den Priestern, sowohl auf Jungs und auf Mädchen, scheint der größte Anteil zu sein. Aber das sind auch noch Zahlen, die halt in der Bearbeitung sind. Aber was für diese Jungs auch extrem schwierig gewesen ist, ist, dass sie aus einer Kultur gekommen sind, in denen Frauen extrem geachtet wurden. Sie waren nicht höher gestellt als Männer, was manchmal auch so Tendenz ist. Nein, sie waren wirklich absolut gleichgestellt. Und ein sehr guter Freund von mir, der 40 ist, auch Gabe Jules, er ist Enkel von Hilda Jules, die mir sehr viel beigebracht hat, selber aus Survival von der Residential School gewesen ist. Und mit Gabe habe ich vorletzten Herbst ein Webinar mit einer Oberstufe in der Schweiz hier gemacht. Und da wurde ihm die Frage gestellt, wie er denn zu Feminismus stehen würde. Und aufhin sagt er, Feminismus ist eine Sache, die wir eigentlich so nie gebraucht haben, weil für uns die Frauen wirklich immer sehr hochgeschätzte Lebewesen gewesen sind, weil sie eben Leben geben, weil sie auch die Familie zusammenhaltend ernährt haben. Und jetzt kommen diese Jungs plötzlich in eine Schule, wo, wenn sie etwas falsch gemacht hatten, ihnen Mädchenkleider übergezogen wurden und sie also von den anderen Jungs als dummes Mädchen beschimpft werden mussten. Und das brachte natürlich auch das ganze Bild, was sie ursprünglich hatten, Es gibt eine Schätzung, dass ungefähr 5000 Menschen insgesamt an den sexuellen Missbrauchen beteiligt gewesen sind über die 100 Jahre Existenz. Davon sind weniger als 50 überhaupt nur verurteilt worden. Warum das so ist, dass da auch so viel einfach vertuscht bleibt, ist ja auch eine Debatte in anderen Fällen, wo solche Art von Missbrauchen immer mehr hervorkommen. Und es ist interessanterweise so, dass ein Teil von denen, die dann verurteilt wurden, selber indigene Menschen gewesen sind, die in den Residential Schools als Lehrkräfte gearbeitet haben. Die Konfiguration gab es nämlich auch, auch wenn es nur sehr selten gewesen ist. Ja, das ist ein Bild, was ich sehr schön finde, was eben symbolisch eben nochmal zeigen sollte, wie die Kinder eben auch in der Nähe von der Schule sind. Ich habe diese Schule einmal selber in der Nacht mitbekommen. Es ist ein ziemlich unheimliches Gebäude und man merkt wirklich, dass da sehr viele Geister und sehr viel Leid auch in den Räumen drin steckt. Kurz zu Orange T-Shirt Day, Orange T-Shirt Society, ich habe selber eins an, ist ein Memorial Tag, 30. September, der das erste Mal im 2013 angefangen hat, auch von Phyllis Websterd, unter anderem Chief Fred Robbins von Eskatermach Alkala Lake, das nördliche Schürkappmach-Gebiet, initiiert worden. Die Geschichte hintendran ist, dass Phyllis mit sechs Jahren auch noch zur Residential School geschickt worden ist und von ihrer Großmutter Geld bekommen hat, um sich ein Outfit dafür zu kaufen, hat sich ein wunderschönes, oranges T-Shirt gekauft. Das erste, was passierte, ist, dass ihr dieses T-Shirt eben, wie allen anderen Kindern, ihre ganzen Kleidungsstücke weggenommen worden, auch dieses T-Shirt weggenommen worden ist und sie es nie wieder bekommen hat. Sie hat daraufhin, seitdem ist die Farbe Orange eben auch eine Farbe für die Survivors und die eben nicht überlebt haben, der Residential Schools. Und jetzt seit vergangenem Jahr ist der 30. September, an dem der Tag stattfindet, als Truth and Reconciliation Day umgenannt worden. Und Kamloops hatte Justin Trudeau dafür eingeladen gehabt und er ist nicht gekommen an dem Tag. Er hat es vorgezogen, mit seiner Familie in Tofino, das ist ungefähr 500 Kilometer Luftlinie entfernt, Urlaub zu machen. Ja, zu los kommen Kommentare, die sind vom 4. Juni 2021. Er, wie soll ich sagen, pocht sehr darauf, dass eben die Kirche endlich Verantwortung übernehmen müsse und sich entschuldigen müsse, was der Papst, soweit ich weiß, nach wie vor nicht gewillt ist zu tun. Die Bischöfe haben mittlerweile anerkannt, dass da sehr viel schiefgelaufen ist und unheil passiert ist. Interessanterweise ist die katholische Kirche die einzige der Kongregation, die sich bislang noch nicht entschuldigt hat für das und die auch noch nicht wirklich dazu zugestimmt hat, die Archive zu öffnen zum Beispiel. Trudeau, wie gesagt, er pocht sehr auf die Verantwortung der Kirche, aber inwiefern der kanadische Staat auch die Verantwortung mit drin hat, da überspringt er gerne, auch dass er immer wieder sehr, wie soll ich sagen, medienbewusst darauf hinweist, wie schrecklich die ganze Tradödie ist, aber hintenrum im Prinzip auch Sachen passieren. Ich komme später noch mal kurz darauf zurück, was im Endeffekt auch zeigt, dass die ganze Frage nach wie vor von einer großen Aktualität ist. Ich möchte ganz kurz noch auf ein paar Bücher hinweisen, die Sie dann auch, wie gesagt, die Referenzen finden. Es gibt einige Sachen, die online, ja, ist viel mittlerweile zugänglich. Eines der ältesten Bücher, 1988 veröffentlicht, ist über Camelot Indian Residential School. Das ist ein sehr, sehr ehrliches Buch. Es ist auch insofern ehrlich, weil es nicht nur über die ganzen Horrorgeschichten erzählt, sondern auch ein paar Leute zu Worte kommen lässt, die tatsächlich gute Erfahrungen in den Residential Schools gemacht haben, weil, und das muss man auch dazu sagen, um der Geschichte gerecht zu werden, es gibt einige, die auch sagen, okay, ich habe in der Schule eine Ausbildung bekommen, tatsächlich, die mich dazu geführt hat, ein gutes Leben hinterher zu führen. Ein Film, der auch in Chukwapmch Culture gedreht worden ist, von der gleichen Autorin und ihrer Tochter, Cowboys, Indians and Education. Der Name mag etwas überraschen, warum die Cowboys da mit drin sind, aber das hängt ganz einfach damit zusammen, dass für viele, auch in der Generation von Evelyn noch, das heißt, die Evelyn ist jetzt 83 Jahre alt, lange Zeit sie alles sein wollten, bloß nicht Indianer und auch viel lieber Cowboy, gewesen sind und dementsprechend auch bei den Rodeos einfach wieder einen Lebensweg gefunden haben, weil eine Sache auch ganz wichtig ist, dass das Problem, was mit Drogen und Alkohol zusammenhängt, eben auch damit zusammenhängt, dass diese Menschen wirklich seelisch kaputt gemacht worden sind. Ein Buch, was im Augenblick leider nur archivarisch zugänglich ist, die erste Ausgabe und die zweite Ausgabe, von den 32 Menschen, die in diesem Buch interviewt sind, kenne ich 29 persönlich und kannte sie schon lange persönlich, bevor dieses Buch rausgekommen ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich war erschüttert. Ich habe dann ein paar hinten dran angesprochen drüber und die haben plötzlich auch alle gesagt, dass durch die Arbeit mit dem Buch sie angefangen haben, darüber reden zu können. Und es war einfacher am Endeffekt, ihrer Geschichten, den Buchseiten anzuvertrauen, beziehungsweise zum Teil sind sie auf Band gesprochen worden, als tatsächlich ihren eigenen Kindern, die Geschichten zu erzählen. Das nur als Hinweis. Es wird erst erschienen, das sind wieder Celia Heck-Brown, die das allererste Buch mitgebracht hat, auch in Bezug auf Kermus Residential School. Tskalmukwil heißt übersetzt, es wird hier beschrieben, Return to Being Human Again, Wieder Mensch werden, wo im Prinzip da jetzt wirklich der Ansatz auch beschrieben wird, in Bezug auf das, was nach den Funden im Mai 21 passiert ist, wie damit vor Ort umgegangen wurde. Als letzter Teil für diesen Teil, Kill the Indian, Save the Man, das war halt das Leitmotiv der ganzen Schulen. Manchmal war es auch Kill the Indian, Save the Child. Und dieses andere Buch, A National Crime, ist auch schon 1999 rausgekommen. Das heißt mit anderen Worten, für alle Leute, die sich wirklich über diese Schulen informieren wollten, gab es die Möglichkeiten. Es gibt jetzt langsam Stimmen, dadurch, dass die Funde immer noch nicht exhumiert worden sind, was verschiedene Gründe hat, auf die komme ich gleich zurück. Es gibt Stimmen, ja, dadurch, dass sie noch nicht exhumiert worden sind, gibt es denn überhaupt diese Funde? Ist das nicht alles nur eine Erfindung von den Indigenen, von diesen Indianern, um Kanada als Staat schlecht zu machen und um die Geschichte schlecht zu machen, obwohl auch in der Truth and Reconciliation Commission halt die Schulen als ethnozid anerkannt worden sind? Genau, das ist ein gutes Stichwort, Truth and Reconciliation Commission. Also immerhin ist die Tatsache, so eine Kommission einzurichten, ja schon in gewisser Weise eine Anerkennung der Tatsache, dass da einiges, um es milder auszudrücken, enorm schief gelaufen ist. Diese Kommission hat Zeugenaussagen gesammelt, korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe. Sie ist zum Ergebnis gekommen, dass es Völkermord, auf jeden Fall kulturellen Völkermord, gegeben hat in diesen Schulen und sie haben eine ganze Liste von Empfehlungen erarbeitet, über 90. Das Ganze war, wann war es? 2015, glaube ich, haben die ihren Bericht vorgelegt. Und von, also es ist ja immerhin jetzt schon einige Jahre her und von diesen 94 Empfehlungen ist, glaube ich, noch keine so wirklich komplett umgesetzt worden. Es hat Versuche gegeben, eben mit Geld zu kompensieren. Das hat Evelyn ja vorhin auch so ein bisschen angerissen. Das Geld, was soll ich mit dem Geld? Das Geld kann mir das Leib nicht wegnehmen. Ist außerdem auch noch so zynischerweise, du hast es ja angesprochen, dass gerade die Kirchen die ganzen Dokumente aus diesen Schulen nicht freigeben. Und ohne die Dokumente kann man nicht nachweisen, dass man selber oder ein Vorfahre dort gewesen ist, dort gelitten hat. Also kann man auch keine Entschädigung beantragen. Das ist ein System, das irgendwie immer wieder auf eine sehr perfide, ich benutze dieses drastische Wort bewusst, Art und Weise ineinander greift bis dahin. Also ich habe auch so eine Anekdote, die mich etwas verwirrt hat, muss ich bestehen. Letzten Sommer, als diese Exhumierungen bekannt geworden sind, zuerst gab es ja viel öffentlichen Aufruhr und dann hat es auch Medien gegeben, die angefragt haben nach Interviews. und dann bin ich etwas überrascht worden, ein, zwei Mal von so einer Fragestellung, ob man denn nicht auch zugestehen müsste, dass es in den Schulen nicht nur die Kinder gegeben wird als Opfer, sondern dass auch die Lehrer, das Lehrpersonal, die Nonnen, die Mönche, die Priester, dass die doch auch Opfer waren und dass man doch beiden Opferseiten gerecht werden müsste, was ich denn dazu sagen würde. Da fällt mir ehrlich gesagt nichts zu ein. Also wieder die Leute, die diese Kinderseelen zerbrochen haben und die physische Gewalt, die auch sexuellen Missbrauche, ich habe gelesen jetzt vor kurzem erst, dass es da auch eine nicht bekannte Zahl von unerwünschter Schwangerschaften gegeben hat, wo keiner weiß heute, wo diese Babys geblieben sind. Wenn man das alles weiß und sagt, wir waren doch auch Opfer, da fällt mir ehrlich gesagt nichts mehr zu ein. Und diese ganze Geschichte, wenn ich mir das so vorstelle, 100 Jahre ungefähr hat es diese Schulen gegeben. Also wenn ich von mir zurückrechne, meine Urgroßmutter ist schon in so einer Schule gewesen und ich war da vielleicht immer noch drin oder meine Mutter, das setzt sich ja immer fort, diese Traumata, die fressen sich ja irgendwie auch fest in den Seelen von den Leuten. Womit wir dann sind bei dem Faktum, das ich auch fürchterlich finde, da wirst du ja glaube ich auch gleich noch drüber sprechen, dass mit der Schließung der letzten dieser Schulen der Missbrauch an den Kindern dieser indigenen Völkergruppen, Bevölkerungsgruppen ja nicht aufgehört hat. Sondern es gibt ein Child Welfare Act, das ist heute immer noch und wieder verstärkt, wenn ich das richtig weiß, dem Staat, staatlichen Institutionen erlaubt, Kinder gegen den Willen ihrer Gemeinschaften aus diesen Gemeinschaften rauszuholen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Verhältnisse gibt, wo man Kinder vielleicht von Vater, Mutter, Kind, Familienkonstellationen rausholen sollte, aber dann gibt es ja eigentlich normalerweise die Großfamilie oder die Gemeinschaft oder irgendwelche in der Kultur verwurzelten Institutionen, die solche Kinder aufhauen können, akzeptiert Kanada aber nicht. Kanada sagt mal wieder, wir wissen es besser, wie diese Kinder aufwachsen müssen und holt sie da raus. Das ist eigentlich eine Fortsetzung der gleichen Geschichte unter anderem Vorzeichen, aber genauso fatal. Ja, definitiv. Und also, was du am Anfang gesagt hast, ja, die Priester und so, die seien ja auch Opfer. also was tatsächlich wohl so ist, dass diese, vor allen Dingen die Lehrer, die dann keine Priester waren, zum Teil in die Schulen zwangsversetzt worden sind, weil sie nirgendwo anders irgendwo Fuß gefasst hatten oder irgendwas anderes gemacht hatten und das ist auch zum Beispiel eine Sache, das ist ja auch in Deutschland bekannt geworden, dass also wenn auch Priester gerade des sexuellen Missbrauchs überführt worden sind, die wurden dann nicht also aus dem Lehrfach rausgenommen, sondern wurden einfach in eine andere Schule geschickt. Was die ungeborenen Kinder betrifft, da hat mir Hilda Jules, die ich vorhin kurz erwähnt hatte, eine Geschichte erzählt vor ein paar Jahren, da kommt einem wirklich das Grausen, dass in der Kapelle, von der ich vorhin die Bilder gezeigt hatte, als die renoviert worden war, dadurch, dass zum Teil, ja, also sie musste grundauf saniert werden und daraufhin wurde sie also wirklich bis in die Grundstruktur eben auseinandergenommen und an einer Ecke sind tatsächlich die Skelette von mehreren ganz jung geborenen Kindern gefunden worden, also das war das war auch so ein Fund, wo alle drüber gesprochen haben im Prinzip, aber das auch nicht wirklich wahrgenommen worden ist und das war auch mal wieder ein Beweis, also es muss etliche ungeborene Kinder gegeben haben. Es gibt auch sehr viele Frauen, die, also ganz junge, die Phyllis mit dem Red Orange T-Shirt ist auch mit 13 Jahren schwanger geworden und da war sie noch in der Residential School, als das passiert ist und dergleichen, also da gibt es einige und in der Tat dieser Child Welfare Act, aber erst nochmal zur Truth and Reconciliation kurz, also das ist einer der Berichte, They Came for the Children, der veröffentlicht wurde und diese Grafik finde ich immer, fand ich, als ich drauf gestoßen bin, doch wirklich sehr beeindruckend, dass also man eine größere Chance hatte, in einer Residential School zu sterben, als im Zweiten Weltkrieg laut dieser Berechnung. Das ist die Flagge von der Truth and Reconciliation Commission und auch kurz erklärt mit der Symbolik hinten dran, wo auf der einen Seite im Zentrum halt die Kinder stehen, auf der anderen Seite halt die Familien, aus denen sie rausgerissen werden, warum zwei Kinder eben auch aufgrund der Tatsache, dass Geschwister aufgetrennt werden und die Punkte hier unten drunter sollen alle diejenigen, die es nicht geschafft hat, symbolisieren, aber im Prinzip auch dann Samen für die Zukunft sind. Und es geht eben auch immer wieder ums Verzeihen und um die Resilience auf der einen Seite und Reconciliation, also wieder zusammenfinden. Da ist auch die Diskussion sehr intensiv, was heißt das überhaupt, wie findet das überhaupt statt und was Evelyn eben auch angesprochen hatte und du Yvonne auch, also die finanzielle Abfindung, das ist eine Sache, was auch eine Art und Weise ist, zu kompensieren. Das Problem ist nur, dass gerade dieser plötzliche Geldruhm viele Survivors noch mehr in Alkohol und Drogen gebracht hat, weil sie im Endeffekt nicht direkt auch mit dem Geld plötzlich umgehen konnten beziehungsweise wie soll man mit Geld verlorene Liebe aufwerten, das kommt ja auch noch mit dazu. Genau, das ist der erste offizielle Report und also da war es auch wieder so, dass auch Justin Trudeau sehr schnell eben diese Dimension des Cultural Genocytes angenommen hat, aber im Endeffekt, ob er tatsächlich den ganzen Report durchgelesen hat, das ist die ganz große Frage. Hier ist sind wir mal in 400 Seiten, das ist wie zu lesen. Das ist eine Liste von diesen 94 Calls to Action, von den 94 Punkten, die halt die TRC, Truth and Reconciliation Commission, zusammengestellt hat. Auf dieser Webseite Beyond 94 finden Sie, wie eigentlich jetzt die aktuelle Umsetzung ist. Das ist ein Überblick von der Seite, also von den 94 Punkten sind 13 angeblich fertig, verabschiedet, angeblich, warum, sage ich gleich noch und die anderen, also ein Großteil, 20 haben sie noch nicht mal angefangen mit und ein Großteil, also in progress, ja, Projects postponed, das heißt, sie wurden angefangen, aber dann als zu schwierig und das ist immerhin mehr als die Hälfte, und in Projects underway, ja, wann das dann zum Ende kommt, ist noch die ganz große Frage. Das Problem ist auch mit dem Child and Welfare Act, ja, davor, genau, bei diesem einen Calls Faction, die Nummer 75, ging es nämlich genau darum, dass eben auch die Legacy, also das Erbe von den Residential Schools öffentlich gemacht werden wird und das Geld, was dafür in die, ja, eigentlich hätte reingehen sollen, ist bislang noch nicht zugänglich und kann auch noch nicht angefordert werden. Das ist dann auch immer die Sache, es werden dann auch zum Teil wirklich sehr große Summen versprochen, nur, wie man dann darauf zugreifen kann, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Eine ganz wichtige Konsequenz ist, die, und das wird auch oft genannt, das eben, was Yvonne auch gerade angesprochen hat, das sind die Kinder, die halt, ja, aus den Familien zwangs rausgenommen werden und in Pflegefamilien gesteckt werden und dazu kommt, also Evelyn gehörte zu einer der ersten Frauen, die es geschafft hatten, als Indianerin einen Status als Pflegemutter zu bekommen, hat dementsprechend auch viele Pflegekinder großgezogen gehabt und sie war eben Mitinitiatorin in British Columbia auch und ich glaube sogar Kanada weit, dass es darum ging, dass wenn die Kinder in zerrütteten Familien groß werden, dass sie dann eben nicht aus dem Reservat raus adoptiert werden, zwangsadoptiert werden, sondern dass es eine Möglichkeit gibt, dass sie in der gleichen Kultur oder sogar im gleichen Reservat, in der gleichen Gemeinde einfach in andere Familien kommen. Es ist nach wie vor ein unglaublicher Spießrutenlauf, also auch bei den letzten Kindern, die Evelyn aufgenommen hat, das war vor ein paar Jahren, also es ging, ich kann nicht mehr sagen, wie oft sie vor Gericht vorsprechen musste und dann kam noch dazu, dass sie ja mittlerweile ein gewisses Alter hatte und ob sie dann überhaupt in der Möglichkeit sei, sich um kleine Kinder zu kümmern, also die waren zwischen vier und acht Jahre alt damals und diese Übersicht, diese Grafik zeigt eben, dass auf der einen Seite die indigenen Kinder zwischen 0 und 14 Jahren nur 7,7 Prozent der kanadischen Gesellschaft ausmachen und 52,2 Prozent dieser Altersklasse in Pflegefamilien ist, bis heute und am Endeffekt handelt es sich da wirklich um einen fürchterlichen Teufelskreis, weil auf der einen Seite durch die Residential Schools, durch die Assimilierungsschulheime eben den Menschen die Möglichkeit genommen wurde zu lernen, wie man eigentlich in der Familie lebt und denen auch unglaublich viel durch den Hass, auch unglaublich viel Gewaltpotenzial, sage ich ganz ehrlich, mit eingebracht worden ist und vor allen Dingen auch eine unglaubliche Verzweiflung, weil es oft so ist, dass auch bis heute, wenn man, also mir ist es zwei von meinen Neffen passiert vor nicht allzu langer Zeit, die hatten sich auf dem Reservat in Kermlup, das ist ein großes Industriegebiet und da war ein Job für Automechaniker, der sich geöffnet hatte und sie waren beide sehr froh darüber, wollten sich dafür anmelden und im ersten Augenblick schien es auch zu sein alles okay und dann haben sie ihre Nachnamen gesagt beziehungsweise sind aufgetaucht, beide traditionelle Tänzer mit zwei Zöpfen und in dem Moment, wo sie als Indianer identifiziert wurden, waren die Stellen besetzt und sowas gibt es noch haufenweise, also der latente Rassismus eben auch in Kanada ist nach wie vor unglaublich groß, also meine jüngste Adoptivschwester hat vor kurzem eine Geschichte geteilt, das war im Herbst letzten Jahre, im Dezember sogar, da war sie einkaufen in der weißen Stadt Kermlup und kam aus dem Supermarkt raus, ging zu ihrem Pickup und plötzlich kam eine blonde Weißkanadier auf sie zu und spuckte ihr förmlich ins Gesicht und sagte ihr, also wann hört ihr endlich auf, uns kanadische Gesellschaft dafür verantwortlich zu machen, dass es euch so scheiße geht, assimiliert euch und dann geht es euch besser. Also das sind Sachen, die bis heute wirklich einfach geschehen und das große Problem ist halt, dass eben diesen Kindern dann auch wieder, sie werden vollkommen von ihrer Familie getrennt, sie werden von ihren Wurzeln getrennt und dementsprechend wachsen sie auch verloren auf und haben Riesenprobleme mit ihrer Identität. Es gab nach dem großen Schließen der Schulen in den 60er Jahren fing das an mit dem sogenannten Sixties Scoop, dass also ganz bewusst die indianischen Kinder in weiße Familien rein adoptiert wurden, manche wurden sogar bis Europa geschickt und die zum Teil auch wirklich als Babys adoptiert wurden. Ich kenne mehrere Frauen, die im Alter von Evelyn sind, die halt, nachdem sie eine gewisse Anzahl von Kindern bereits hatten und dann ein weiteres Kind geboren wurde, ihnen plötzlich Papiere unter vorgelegt wurden, wo gesagt wurde, ja, dein Kind ist krank, es muss in eine speziale Klinik und ohne dass sie es wussten, haben sie Adoptionspapiere unterschrieben und es gibt etliche solche Geschichten, dass also bis heute am Endeffekt den Indigenen nicht zugetraut wird, dass sie ihre Kinder vernünftig erziehen können, ohne die Hilfe des Staates. Und dieser Child and Welfare Act, der scheint erstmal so im ersten Hinblick ein ganz toller Text zu sein, aber wenn man zwischen den Zahlen liest, dann merkt man, dass der kanadische Staat sich überall die Möglichkeit behält, als letzte Instanzen eine Entscheidung zu treffen. Und das passiert halt mit allen möglichen Sachen, auch Gesetzesgebungen, die insgesamt auch gerade in Kanada heute passieren. Also ich will gar nicht von den Pipelines anfangen, da geht es dann noch weiter. Aber es gibt verschiedene Dokumente, die auch ganz klar sagen, ja, dass die die Zwangsadoption beziehungsweise der Welfare Act einfach nur eine Verlängerung der Residential Schools ist. Und das, was am erschreckendsten ist, ist, dass zu der größten Zeit 1953, wo am meisten Kinder in den Residential Schools waren, waren 11.000 indigene Kinder in den Schulen. Und heute sind es 14.970 Kinder, die in Pflegefamilien sind. Das heißt, es sind heute mehr Kinder außerhalb der indigenen eigenen Familien untergebracht, als während der Residential Schools. Und da fragt man sich wirklich, also inwiefern sollen die Familien, sollen die Gemeinden es schaffen, diesen Teufelskreis irgendwie zu überleben und damit auch umgehen zu lernen, wenn diese Bedrohung nach wie vor da ist. ich verhalte mich falsch, laut dem kanadischen Staat, dann riskiere ich, mein Kind zu verlieren. Genau, hier nochmal eine kurze Grafik, also die auch meines Erachtens wirklich sehr einleuchtend ist, dass eben, man muss immer in Betracht ziehen, dass die indigenen Kinder zwischen 0 und 14 Jahren nur 7,7 Prozent der kanadischen Bevölkerung ausmachen. Aber, eben, also Vernachlässigung, okay, da fragte ich dann wirklich auch wieder, was heißt bereits Vernachlässigung? In der traditionellen Erziehungsweise werden indigene Kinder sehr autonom, sehr früh erzogen. Das heißt, sehr früh wird ihnen beigebracht, selbst reflektiert zu handeln und dementsprechend auch sehr autonom Sachen zu machen und auch alleine Sachen zu unternehmen. Und das wurde, war auch eine Dimension, die vom kanadischen Staat eben auch als, ja, Missachtung der Elternpflicht, Aufsichtspflicht und dergleichen interpretiert wurde, zum Beispiel. Die Aussetzung, dass man durch, ja, Gewalt des Partners ausgesetzt ist, also auch familiäre Gewalt beziehungsweise, falls es, also, wie heißt es, zu Patchwork-Familien gibt, dass eben dann das zugezogene Elternteil sich an den Kindern vergeht. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die tatsächlich auch in der Hinsicht Täter gewesen sind und am Endeffekt, also, mit denen, mit denen ich gesprochen habe, kam überall dabei raus, dass erstens, das meistens wirklich im Suff oder unter Drogen passiert ist und zweitens, ähm, also bei allen wirklich die Dimension gehören, ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Es gibt verschiedene Ansätze von sogenannten Healing Circles, wo eben versucht wird, dass auch auf, innerhalb der, in der Gemeinden, damit umzugehen, dass eben nicht nur der Täter als Täter da auch dargestellt wird, sondern versucht wird, was eben den Täter dazu bringt, solche, ja, Aktionen zu machen, solche Akte zu begehen und worauf es am Endeffekt immer wieder hinausläuft, ist eben, dass die Täter selber in einer großen emotionalen Verwahrlosung groß geworden sind, die eben dadurch bedingt ist, dass die Eltern selber in einer Verwahrlosung groß geworden sind, die eben durch die Residential Schools auf der einen Seite beziehungsweise eben auch durch die Pflegefamilien äh, zustande gekommen sind. Es gibt es mehrere gute Filme, auch von Alanis Obonsabim, eine, die Grande Dame des indigenen Films in Kanada, ähm, Tagebuch, ich kriege den Namen im Augenblick nicht ganz auf den Schirm, aber das ist ein Junge, der, der mit, 16 Jahren Selbstmord begeht und durch 21 Pflegefamilien durchgewandert ist bereits, ne, ja, sehr beeindruckender Film, ähm, und, also die Generation von, von Gabe, von dem ich vorhin kurz gesprochen habe, der jetzt 40 Jahre alt ist und auch die Generation, also als die Residential Schools geschlossen sind, da wurden die Kinder halt in die öffentlichen Schulen integriert und im ersten Augenblick hätte man auch da denken können, dass das ja eigentlich was ganz Positives ist, wenn jetzt die indigenen Kinder, indianischen Kinder mit den anderen Kindern zusammen in der Schule sind. Das Problem war nur, und das hat wirklich die Generation, die jetzt 40 Jahre alt ist, noch voll mitbekommen, dass die indigenen Kinder halt einfach als nicht so intelligent betrachtet wurden und dementsprechend von den Lehrern auch oft beiseite gelassen wurden und von den anderen Kindern auch dementsprechend oft gemobbt wurden und es gab also oft auch Prügeleien, einfach nur, weil sie eben, ja, Indianer waren. Genau, und den Satz, und damit kommen ja auch zum Schluss und den finde ich auch extrem beunruhigend beziehungsweise gesprechend, dass eben die Kinder, die aus Familien kommen, die eben eine Residential School Vergangenheit haben, zweimal so viele Chancen durchlaufen, selber in Foster Parents, also in Pflegefamilien zu laufen als andere und es gibt auch noch weitere Studien, dass eben auch die hohe Anzahl von Indigenen in Gefängnissen, die auch extrem hoch ist, auch damit zu tun hat, dass eben ja, das Erbe dieser Schulen dabei ist. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit erst mal soweit und Yvonne, du hast bestimmt noch Fragen oder sonst gibt es vielleicht auch andere Fragen noch. Das ist übrigens ja, 2018 Kernhoops aufgenommen von meinem Lebensgefährten, wo es eine öffentliche Diskussion über die UNDRIP, die UN-Deklaration in den Digital People's Rights ging, die sehr spannend war, auch weil auch dort die Stimmen sehr unterschiedlich sind in der indigenen Welt, wie man mit der Deklaration umgehen sollte. Also was mich natürlich erst mal fasziniert und auch interessiert natürlich, ich habe ja nun Evelyn kennengelernt, als sie in Göttingen war und ich weiß von dem Interview, das wir beide gemacht haben für die letzte Ausgabe unserer Zeitschrift für Vielfalt heißt sie, dass sie da erzählt hat, wie sie ihre Sprache retten konnte, obwohl es ja in der Schule verboten war, sie zu benutzen, in dem sie halt mit sich selbst gesprochen hat und dadurch halt die Sprache nicht verloren hat und sie eben Möglichkeiten gefunden hat, mit ihren Verwandten auch zu sprechen. Wie schafft eine Familie, die durch mehrere Generationen ja wahrscheinlich auch durch so ein System durchgelaufen ist, sich wieder zu stabilisieren? Also sie hat ja irgendwann gesagt in dem Interview, Evelyn, dass sie auch voller Hass gewesen ist und dass sie sehr zu arbeiten hatte um sich da rauszuarbeiten und jetzt so, ich glaube, man kann das schon sagen, konnte man ja auch gut verfolgen in den Medien letzte Woche, kurz letzten Sommer, dass sie zu einer Spokesperson geworden war für die Überlebenden. Sehr toughe, powerful Frau, die auch nicht verborgen hat, wie sehr sie bis heute berührt und bewegt ist. Wenn sie über diese Zeit spricht, dann steht sie halt immer noch da und weint, obwohl es Jahrzehnte zurückliegt, aber sie weint auch, also sie lässt die Emotionen zu. Da habe ich mich gefragt, wie schafft ein ganzes Volk, eine ganze Gemeinschaft, eine ganze Bevölkerungsgruppe, das mit solchen Traumata fertig zu werden? Wie machen die das? Wie schaffen sie es zu leben? Und zumindest Evelyn ja auch wieder stabil zu werden und andere zu stabilisieren. Wo hat sie die Kraft her? Im Red Road, würde ich sagen, also im Roten Weg, in dem sie sich halt wirklich sehr auch auf die eigene Spiritualität und die eigene Lebensweise wieder zurück besonnen haben. Aber es ist ein Prozess, der gerade erst angefangen hat. Also die ganzen Traumata sind bei Weitem noch lange nicht überwältigt. Und also ich habe jetzt in der letzten Zeit eben auch mit meiner Adoptionsschwestern, also mit Evelyns Töchtern mehrfach drüber gesprochen gehabt, wo von denen drüber kam, okay, mit mir hat sie drüber reden können, weil ich auf der einen Seite halt so Familie gehöre, aber trotzdem außenstehend bin. Und also die Schwestern, ihre Töchter, die sind jetzt dabei zum Teil erst überhaupt Dimensionen zu erfahren, was ihrer Mutter zugänglich also passiert ist, von denen sie wirklich keine Ahnung hatten. Und von Evelyn kommt auch ganz klar rüber, dass sie im Prinzip mit ihren Kindern das auch nicht teilen wollte, weil sie dieses Bedrückende, diese Angst, in der sie gelebt hat, eben ihre Töchtern nicht weitergeben wollte. Aber intergenerationelle Trauma laufen halt auch über sehr viele halbbewusste Wege, sage ich mal, dass eben durch die Angst, die die Generationen als Kindheit verspürt haben, zum Beispiel jemanden in den Arm zu nehmen, das ist eine Geschichte, die Evelyn auch immer wieder erzählt, sie hat es nie geschafft, ihre Töchter, als sie klein waren, in den Arm zu nehmen. Sie hat erst mit ihren Enkelkindern gelernt, wieder in den Arm zu nehmen. Und also, wie kann man die Traumata überwinden? Mit ganz, ganz, ganz viel Arbeit, ganz viel Offenheit, mit ganz viel Respekt, mit ganz viel Rücksicht eben Auftränen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, das ist zum Beispiel auch ein Problem bei der Truth and Reconciliation Commission gewesen, da gibt es auch mehrere ganz gute, sehr gute Bücher drüber, dass die ganze Art und Weise, wie über, also was als Zeugenaussage angenommen wurde, einem sehr europäischen Zeugensystem entspricht. und auch was das Weiterbeleben der Sprache betrifft, also ich glaube, was höchste Zeit wirklich wäre, zu akzeptieren, nicht nur, dass die indigene kanadische Denkweise sehr anders funktioniert, auch anders mit solchen Sachen umgeht und dem auch wirklich endlich mal gehört zu lassen, weil bislang ist es wirklich so, dass sämtliche Versuche irgendwie dann doch wieder in die europäischstämmige Gemeinschaftsdenkweise mit reingepresst werden und das ist für viele der falsche Ansatz. Das Problem ist halt nur, dass diejenigen, die tatsächlich noch die Sprache wirklich sprechen und eben auch den Higher Speech, das heißt die konzeptuelle Sprache, die es selbstverständlich auch gegeben hat, werden immer weniger und das sind oft Leute, die es geschafft haben, der Residential School zu entwischen, die halt versteckt worden sind, ganz einfach, weil das ist eine Frage, die mir auch gestellt wurde, zwischendurch, ja, nein, die Eltern hatten keine Wahl, wenn die Kinder registriert waren, dann wurden die Kinder abgeholt und wenn sie nicht mitgegeben wurden, dann wurden die Essensrationen gekürzt oder es wurden Geldstrafen auferlegt, das waren alles Sachen, die die Eltern definitiv nicht bezahlen wollten. Eine andere Frage, die du mir, glaube ich, auch mal gestellt hattest, also warum, wenn da mehrere Generationen waren, dann müsste es doch bekannt gewesen sein, was in diesen Schulen passiert und warum dann das einfach nicht vorgewarnt wurde. Das ist eine Sache, wo ich auch mit Hilda mal drüber gesprochen hatte, wo die auch ganz klar sagte, dass für sie das ein Schutzmechanismus jeweils der älteren Generation, der jüngeren Generation gegenüber gewesen ist. Dass sie nicht drüber gesprochen haben, meinst du? Ja. Ja. Und dementsprechend, dass die Kinder, okay, die Erfahrung war vielleicht dadurch umso heftiger, aber auf der anderen Seite, wenn die Kinder schon mit Angst dahin gegangen wären, dann wäre es vielleicht noch schlimmer gewesen. Ich weiß es nicht. Also, es ist... Ich habe hier eine Frage gesehen, ein bisschen im Chat geguckt eben, zwei Fragen habe ich gefunden. Eine fand ich ganz spannend, die nimmt Bezug auf die Stolen Sisters Problematik. Also, die Frauen, die muss ich nicht erklären, gibt es da auch vielleicht einen Zusammenhang? Dropouts, zerrüttete oder nicht mehr vorhandene familiäre Verhältnisse, die das begünstigen? Oder der pure Rassismus, dass die Frauen nicht als menschliche Wesen, die man zu respektieren hat, angesehen werden? Die Frauen, mit denen man machen kann, was man will, freiwillig, so in die Richtung? Ja, eher das. Also, die Stolen Sisters haben meines Erachtens nicht direkt was mit den Residential Schools zu tun, ganz einfach. Also, das hängt wirklich eher damit zusammen, wie, ja, welches Bild die indigenen Frauen nach wie vor in vielen Köpfen der bestimmter Männer, ich will auch nicht alle Männer da verurteilen, einfach haben. Ein Bild, was ja auch mit Figuren wie Walt Disney, Pocahontas und allen möglichen Faschings und Halloween, sexy, Squawk-Kleider da weiter vermittelt wird. Ich meine, deswegen wird Pocahontas ja oft auch als Pocahottie mittlerweile bezeichnet und da gibt es mittlerweile auch wirklich einige Studien dazu von indigenen Frauen, die sich selber auch die Frage stellen, also, was steckt damit dahinter und eine Hypothese, die auch mit aufkommt, ist, also, die eine ist definitiv, dass irgendwo indianische Frauen als Freiwild wirklich betrachtet werden. Ich habe Anfang der 90er Jahre in der Hinsicht selber ein paar Erfahrungen gemacht, als ich mit meiner Schwester halt losgezogen bin und da irgendwo auch untergegangen bin und von eben weißen Männern auch als Indianerin identifiziert wurde und also, es ist wirklich kein gutes Gefühl, in manchen Gegenden drum zu laufen, wenn man als Indianerin betrachtet wird. Die andere Dimension ist auch, weil es, ja, so rum gesagt, ja wirklich oft auch eine Kriegstaktik ist, gerade Frauen zu vergewaltigen und damit auch denen ein anderes Volk zu übernehmen. Das ist ja nicht nur den indigenen Frauen in Nordamerika so passiert und da gibt es mittlerweile auch viele Forschungen, dass es wirklich eine Art und Weise ist, zu versuchen, eben eine Völkergruppe, die man, die von einer anderen Völkergruppe erobert wurden, dementsprechend auch einfach weiter zu demütigen und einfach zu, da dann deutlich zu machen, ja, wie sehr sie Leute zweiter Klasse geworden sind. eine Frage noch, die ich gesehen habe, haben wir, glaube ich, auch schon kurz angesprochen, wie kann man solche Traumata eigentlich überwinden? Kann man die überhaupt überwinden? Ich weiß es nicht. Ob man so etwas überhaupt überwinden kann, also vor allen Dingen deswegen auch das mit dem Child Welfare Act und mit den Pflegefamilien, also im Prinzip geht das Trauma ja wirklich ganz aktuell weiter. Es läuft zwar nicht mehr in diesen Schulen und ist insofern nicht mehr an gewissen Gebäuden und Äußerlichkeiten als solches identifizierbar und deswegen ist es vielleicht sogar noch schwieriger zu überwinden, weil es am Endeffekt jetzt wesentlich unterschwelliger und versteckter irgendwo weiterläuft. Weil auch da, also ja, sie werden ja nun nicht mehr in Assimilierungsheime gesteckt insgesamt, sondern sie werden ja in guten Pflegefamilien untergebracht. Aber das Grundproblem, also warum die Kinder überhaupt aus den Familien rausgerissen werden und ein Argument, was Evelyn in einem anderen Interview auch gibt, was auch auf Global National zu sehen ist, wo sie ganz klar sagt, diese ganzen verschiedenen Nationen hatten ihre eigene funktionierendes Child Welfare System. Das heißt, wenn es irgendeinem Kind in irgendeiner Familie nicht gut gegangen ist, dann hat sich die Gemeinde darum gekümmert und hat dann selber nach Wegen gesucht, wie es diesem Kind besser gehen kann. Und das ist eben nach wie vor ein System, was nicht akzeptiert wird und was nicht anerkannt wird. Und insofern, also wie soll ein Trauma überwunden werden, wenn es am Endeffekt täglich weiter wieder bedient wird. Und ich glaube, das wird wirklich erst in dem Augenblick überwunden, wo die die kanadische Gesellschaft insgesamt auch eben der indigenen Gesellschaft in Kanada anerkennt, dass es absolut ihre eigene Wege hat, mit solchen Problemen umzugehen, nicht die Hilfe von Vater oder Mutter Staat dazu braucht. Ganz am Anfang war noch eine Frage, möchte ich nicht unterschlagen, als wir geredet haben über die vielen Kinder, deren Verbleib ungeklärt ist aus der Zeit, wo es die Schulen noch gab. Ob es da Namenslisten gibt, dass man nachvollziehen kann oder wenigstens Zehnlisten oder Namenslisten sogar, um welche Kinder es da geht. Ja, das ist also inwieweit die vollständig sind, weiß keiner und das ist eben genau die Sache mit den Archiven der katholischen Kirche. Also es wurde eigentlich minutiös über alles, was in diesen Schulen passierte, Buch geführt, aber diese Dokumente sind nach wie vor großteils nicht zugänglich und das ist auch eine Sache, wo der Vatikan und der Papst nach wie vor sich weigern, die öffentlich zu machen, was für viele auch unverständlich ist, also auch wenn der Papst ja nicht einer öffentlichen Entschuldigung zustimmen möchte, also wenigstens kann man ja die Archive öffnen, um damit dann Nachforschung zu machen. Also insofern, es gibt mit Sicherheit Listen irgendwo, aber wie vollständig die sind und wo die genau liegen, ist bislang unklar. Die andere Sache ist natürlich die Erinnerung von den Menschen, die Kinder verloren haben, die es eben auch gibt, aber da sind die Informationen, die sie dann von den Schulen bekommen haben, sehr undurchsichtig. Also es wurde dann entweder gesagt, ja, sehr viele Kinder angeblich sind bei der Flucht dann erfroren, zum Beispiel, wo man von der indigenen Seite sich auch fragt, was ist das denn für ein Argument, also die Kinder sind in den Bergen groß geworden und wussten im Prinzip, wie sich zu helfen beziehungsweise wo dann auch Unterschlupf zu finden, aber es ist ja auch so gewesen, das darf man auch nicht unterschätzen, dass auf den ganzen Reservaten es auch indianische Polizei gegeben hat, die halt im Auftrag auch der Regierung beziehungsweise auch der Kirche dann diese Ausreißer wieder eingefangen hat. Und das ist eben auch ein Teil des Traumas, wo zum Teil Familien eben beziehungsweise die Menschen auch gegeneinander gewirkt haben und das macht es auch nicht einfacher, das aufzuarbeiten. Eine von unseren Zuhörerinnen fragt, ob man von Deutschland aus irgendetwas machen kann, um zu helfen. Schwierig, schätze ich, aber du lebst ja nur in beiden Welten, du kannst es vielleicht beurteilen. Ja, das ist eine Frage, die ich unglaublich gut nachvollziehen kann und unglaublich gut verstehen kann. Auf der anderen Seite von der Seite der Betroffenen, sage ich mal so, ist es, also, wenn, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wenn ihr anfangen würdet, uns einfach wirklich ernst zu nehmen und zuzuhören, ohne ständig in Frage zu erstellen, dann ist das schon verdammt viel Hilfe. Wenn ihr das teilt, was ihr lernt und wenn ihr einfach in eurem eigenen Verhalten lernt, wirklich respektvoll anderen umzugehen, euch selber zu prüfen, wo fange ich an, mit Stereotypen zu arbeiten, wo fange ich an, plötzlich, ja, jemanden anders als minderwertig zu betrachten, aus welchen Gründen auch immer und da im Prinzip mit so einer Dimension der Selbstanalyse auch anzufangen. Das ist von vielen Leuten Antworten, die ich auf die Frage auch bekommen habe, wo sie gesagt haben, also, der kanadische Staat versucht uns schon ständig zu helfen, jetzt helft ihr uns nicht auch noch so ungefähr, weil er auch so in dem ist, ja, lasst uns erst mal entscheiden, wie wir damit umgehen wollen und respektiert das, das ist schon mal eine große Hilfe, beziehungsweise wirklich informiert euch und auch gerade, wenn solche Fragen aus Deutschland kommen, und ich meine, ich bin ja selber auch Deutsche und das ist auch eine Sache, wo ich mit vielen drüber gesprochen habe, also dem eigenen deutschen Trauma sich zu stellen zum Beispiel und damit offen umzugehen und dass das nicht in Verbessengessenheit gerät, ist, das mag jetzt komisch klingen, aber im Prinzip auch eine Art von Hilfe, weil es in die Richtung geht, sich mit Unrecht auseinanderzusetzen und sich mit den Verzweigungen des Unrechts und auch den Konsequenzen und wie er vielleicht versteckt Sachen eben auch weiterlaufen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das sehen wirklich viele Betroffene als eine viel größere Hilfe, als jetzt tatsächlich irgendwo Geld spenden zu wollen oder dergleichen, weil das sind Sachen, damit kann nicht wirklich geholfen werden, ganz so, wie das klingt. Natürlich kann mit direkten Spenden solche Initiativen wie Orange T-Shirt Society zum Beispiel auf der Website, die haben Spendenaufrufe, um dann dementsprechend Veranstaltungen zu organisieren, das ist eine ganz konkrete Sache, wo man eben auch spenden kann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich habe im Omnic nicht direkt auf dem Geschirr inwiefern ich bei euch auch was machen kann als GfBV. Das sind so punktuelle Sachen, wo man definitiv auch mit einer Geldspende unterstützen kann und so was kann man sich im Netz wirklich informieren. Also ich war jetzt auch, als ich die verschiedenen Sachen hier für dieses Webinar zusammengestellt habe, absolut überrascht, wie viel Information es wirklich im Netz gibt, wenn man ein bisschen anfängt zu recherchieren. Das ist also ganz eindeutig. Und wie gesagt, also da gibt es auch verschiedenste Organisationen, die auch Spendenaufrufe machen und da kann man ganz konkret für eine ganz bestimmte Aktion dann eine Spende eben auch hinkommen lassen. Aber generell ist es wirklich fehlenden Anliegen einfach, ja, dass die Leute anfangen in sich selber zu gehen auch und zu merken, wie, ja, wie funktionieren Stereotypen auch in meinem Kopf, Vorurteile. Vorurteile, das ist ein ein Wort, das viel bewirkt. Ja, wir gehen gerade so durch den Kopf die Biografien, die man ja auch nachlesen kann, von Leuten, die erzählen, dass sie erst in solchen, in solcher Art von Schulen waren, da ist ihr Selbstvertrauen gebrochen worden, ihr Selbstbewusstsein gebrochen worden, sie sind mit einem unheimlichen Selbsthass da wieder rausgekommen, anschließend im Knast gelandet, da wieder rausgekommen, dann haben sie gar keinen Sinn mehr gesehen in ihrem Leben, haben angefangen, alle möglichen Drogen zu missbrauchen und sind dann halt aus dieser Schleife entweder nur unter größten Schwierigkeiten oder gar nicht wieder rausgekommen und das weiße, Kanada guckt da hin und sagt, na, soll verdropouts hängen, in der Größe sieht man ja, was sollen wir uns mit denen noch begeben, abgeben, die kriegen ja eh nichts gebacken. Das ist so ein fortaler Zirkel, der irgendwie viel zu wenig Achtung findet, finde ich, dass man da eben nicht unbedingt, wenn man Geld mit der Gießkanne verteilt, hilft, sondern vielleicht auch Programme, Sozialprogramme, vielleicht Bildungsprogramme, sowas in der Richtung. Was hältst du davon? Ja, Bildungsprogramme und vor allen Dingen wirklich einfach aufmerksam und zuhören. Also mir fällt dazu ein, die Geschichte mit dem Highway of Tears zum Beispiel, das ist dieser große Highway im Norden von British Columbia, wo die meisten indigenen Frauen verschwunden sind. Also von der indigenen Seite her ist da immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und genau wie also in der Denise Jeschke in den Fragen und Antworten eben auch drin steht, also die Polizei ermittelt halt einfach nicht. Das ist dann erst wirklich publik geworden, in dem eine weiße Studentin verschwunden war und deren Eltern nicht nachgelassen haben. Das war der Ausgangspunkt, worum dann überhaupt angefangen wurde, danach zu recherchieren. Aber es gibt aptn.ca, das ist der indigene Nachrichtensender in Kanada. Die haben ein Programm, das heißt aptn Investigates. Also da kann man auch mal reinschauen. Und es ist, man sollte sich nicht mehr als zwei, drei Sendungen auf einmal angucken, weil man sonst wirklich der Tag vorbei ist. Und es ist unglaublich, was es da einfach an, ja, an Missbrauch auch von Seiten der Polizei gibt, dass eben Sachen zur Anzeige zwar gebracht werden, aber dann meistens einfach im Sande verlaufen und nicht weiter verfolgt werden. Und deswegen, also Information, Information, Aufklärung bekannt machen, drüber reden, weiter verbreiten, das ist meines Erachtens wirklich das, wo man am meisten zu beitragen kann. Und es ist auch oft so, ich meine, ich bin ja auch Teil des Indiana Inwood Film Festivals, Nordamerika Film Festivals und da kriegen wir regelmäßig von den Leuten zu hören, hey, ihr in Europa, ihr interessiert euch mehr für die Realität als die Leute in den USA oder in Kanada zum Beispiel auch. Also gerade auch in Deutschland, da ist das Interesse, was da passiert, wesentlich größer. die meisten in in den USA und auch in Kanada, also excuse my language, they don't give a shit. Und es ist so, also ich meine, gut, die USA hat jetzt eine Pueblo-Innenministerin, aber es gibt auch viele Stimmen, die mittlerweile anfangen, sich wirklich Sorgen um sie zu machen, weil sie extrem exponiert ist, nicht nur, weil sie indigen ist, sondern eben auch, weil sie eine Frau ist. Und da auch, also ein Film, der wirklich sehr gut auf die Thematik auch hinweist, das ist das Rising, der jetzt vor kurzem auch, letztes Jahr ist der gemacht worden, ist ein Porträt von mehreren Frauen, die eben auch in diese Schlaufe der Gewalt reingekommen sind. Und ja, ich kann mich nur noch mal wiederholen, also Programme aufzwingen ist auch ein Problem, weil da die, die weiß keine Art, also die, die sich dafür interessieren, die finden die Quellen, wo sie dann drankommen können. Und die, die sich da nicht für interessieren, die finden immer wieder Wege und Weise, um dann, ja, das ist doch sowieso alles nur erfunden. Einmal das, und dann habe ich jetzt auch gelesen, als ich mich hier wieder so ein bisschen eingelesen habe für unser wunderbares, sehr anregendes Gespräch, dass es auch Leute gibt, die sich schon getroffen fühlen durch die Berichte über diese Schulproblematiken, weil sie zum Beispiel auch Gedenkstätten oder, ja, Mahnmale, die an diese Kinder, an diese Schulen und an ihre Opfer erinnern sollen, zerstören oder beschädigen. Warum macht man so, was man kein schlechtes Gewissen hat, frage ich mich dann immer. Also irgendwie müssen die Leute doch vielleicht sogar, ja, getroffen sein, das könnte ihnen ja sonst egal sein, oder so Sprüche, wie du sie vorhin zitiert hast, auch diese Friedhöfe, die gibt es doch gar nicht. Diese Missstände hat es doch nie gegeben, ihr wollt doch bloß unser Ansinnen in der Welt schädigen. Das ist irgendwie schwer nachzuvollziehen. Ja, das ist es in der Tat. Ich sehe hier gerade noch eine Frage in Frage und Antwort, die First Nation wollen selbstbestimmt leben, aber wie werden sie Teil der kanadischen Gesellschaft werden? Woanders bin ich überhaupt wollen. Ja. Ich frage mich, ob das das Ziel ist, das Angestrebte. Das habe ich jetzt akustisch in die Ich frage mich, ob das das angestrebte Ziel sein muss, oder das einzige anzustrebende Ziel sein kann, Teil der kanadischen Gesellschaft zu werden, aber ich will dir die Antwort nicht wegnehmen. Das ist am Endeffekt genau darauf, wo ich hinaus wollte, aber es ist gut, damit anzufangen, weil das auch ein Argument von vielen Indigen und First Nations ist, also auch in den USA, wir haben euch nicht eingeladen, hierher zu kommen. Ihr seid hierher gekommen, wir haben euch am Anfang mit bestem Willen und Gastfreundschaft willkommen geheißen, haben euch ermöglicht zu überleben, haben euch ermöglicht, hier einen neuen Fuß zu fassen, weil aus welchem Grund auch immer ihr euer Herkunftsland verlassen wolltet. Und von Anfang an, ganz von Beginn, hat es wirklich immer wieder von der indigenen Seite her alle möglichen Versuche gegeben, eine Gemeinsamkeit zu finden, gemeinsames Leben zu finden und eben auch Abkommen zu machen, weil das ist auch eine Idee, die sich viele Leute machen. Klar, es gab in Nordamerika nicht so ein Territorialrecht, wie es in Europa gegeben hat. Das heißt aber nicht, dass es keine Territorien gegeben hat. Das heißt nicht, dass es keine Protokolle gegeben hat, wie man Ressourcen von dem Nachbarterritorium nutzen darf und kann und dergleichen. Sie funktionieren vollkommen anders wie halt europäisches Territorialrecht. Und die Verträge, die es gegeben hat, wo dann immer schön drüber stand, solange die Sonne scheint und das Wasser fließt und so weiter und dann alle einseitig von den USA gekündigt worden sind und ich will jetzt keine Anspielung machen auf eine Sache, die gegenwärtig in einem anderen Land gerade läuft. Aber die Sache ist eben auch, wo die Indigenen sagen, okay, alle Verträge, alle Versuche, die wir unternommen haben, sind einseitig von dieser anderen Macht, die halt immer stärker wurde beziehungsweise auch mit Mitteln gekämpft hat, wo am Anfang die Indigenen überhaupt nicht mit klargekommen sind und gesagt haben, was geht hier los? Also nur ein ganz kleines Beispiel, aber das ist mittlerweile wohl allgemein bekannt, das Skalpieren stammt nicht von in Indiana. Das Skalpieren stammte von den Eroberern, um halt zu beweisen, dass man mit dem indianischen Problem aufräumt und das war auch die ganz klare Aussage der Schule, als die Schulen konzipiert wurden und zwar sowohl in den USA als auch in Kanada und das ist auch eine Frage, die ja viele Jugendliche sich heute stellen, also was haben wir eigentlich, was den Leuten so Angst macht, dass sie uns ausrotten wollen und insofern sagen die First Nations auch ganz klar, nein, Teil der kanadischen Gesellschaft, wollen wir das überhaupt werden? Nein, wir möchten als eigene Gesellschaft innerhalb einer kanadischen Konföderation meinetwegen anerkannt werden. Deswegen heißt es ja mittlerweile auch immer mehr, also ja, in So-called oder was ist heute Britisch Kolumbien genannt, was heute Kanada genannt wird, obwohl auch, da habe ich jetzt vor kurzem auch einen interessanten Kommentar gelesen, was sich jetzt in den letzten Jahren ja auch eingebürgert hat, sind die sogenannten Land Acknowledgements, auch gerade durch die Webinare die letzten zwei Jahre, dass jeder erstmal halt eben das Land nennt von, oder traditionelle Land, von dem aus er dann sich einklingt und dergleichen. Jetzt kommen die ersten Kommentare raus, ja, dieses Land Acknowledgement, diese Landanerkennung war eine unglaublich wichtige Sache im traditionellen Protokoll, dass wenn jemand zu Besuch kommt, er erstmal willkommen geheißen wird und nur wenn er willkommen geheißen wird, kann er das Land tatsächlich auch betreten. Wenn er nicht willkommen geheißen wird, dann gilt er als Eindringling und wird dementsprechend auch behandelt. Und durch diese ganzen Land Acknowledgements, werden jetzt auch die ersten Stimmen laut, wo gesagt wird, das ist ein Protokoll, was plötzlich irgendwo hohl wird, weil es, alle machen es. Ja klar, das gehört jetzt dazu, also genauso wie oft in den ganzen kanadischen Berichten halt, ja, our Aboriginal people hier und dort und immer anerkannt werden. Aber, was das jetzt direkt wirklich für die Leute heißt, das wird oft überhaupt nicht gestellt. Und deswegen gibt es auch viele Indigene, die sagen, ja, okay, der Papst verweigert die Entschuldigung, aber auf der anderen Seite, was bedeutet die Entschuldigung, wenn es nur Worte sind, genauso wie Harper oder auch der damals, der erste war ja der australische Premierminister, der sich entschuldigt hat, wo auch ganz klar gekommen ist, ey, okay, schöne Worte, toller Medieneffekt. Und was jetzt? Medieneffekt ist Trudeau ja auch sehr geübt, muss ich sagen, der ist ein Showman. Ja. Habe ich auch sehr häufig gelesen im letzten Sommer, sehr, sehr bitter, bitterböse Kommentare von der indigenen Seite, dass sie seine Floskel und seinen Gelaber nicht mehr hören wollen, weil außer Labern tut er nichts. Ja, und ich meine, bei Trudeau kommt ja noch mit dazu, dass im Anfang, als er gewählt worden ist, also gerade die indigene Bevölkerung sich unglaubliche Hoffnung gemacht hat und sich gesagt hat, okay, also jetzt ändert sich was, ne? Und ausgerechnet er will jetzt eben auch die Trans Mountain Pipeline durchsetzen, koste was es wolle und zwar sogar mit Staatsgeldern aufgekauft hat und so weiter und so fort. Also da ist ein Widerspruch einfach zwischen dem, was er auf der einen Seite präsentiert und auf der anderen Seite, wie er handelt und da ist auch bei vielen First Nations Leuten, die einfach sagen, hey, nix Neues. Genauso ist es die ganze Zeit gelaufen. Insofern, warum sollen wir Teil einer Gesellschaft werden, die uns nicht so akzeptiert, wie wir sind, sondern uns in eine gewisse Form reindringen möchte und dann akzeptieren werden. Ich meine, das gleiche, und ja, das ganz große Dilemma ist ja auch, dass diese Dimension wie Consultation zum Beispiel, also dass man die indigenen Völker befragt. Ein sehr guter, ich habe noch leider vor einigen Jahren auch verstorbener Freund von mir, John Jules, der sagte immer, als es anfing, ich werde mich nie einer Konsultation hingeben, weil ich brauche nur Pieps zu sagen und dann wird da mir rein interpretiert, was die Leute haben wollen, aber es wird nie das gesprochen und darüber geben, was ich eigentlich sagen möchte. Und so ist es leider auch, dass oft nur diejenigen befragt werden, die eventuell sowieso pro einer Sache sind und dann auch nur gewisse Aspekte wiedergeben beziehungsweise die Konsultationen so eingerichtet werden, dass eben das, worum es den Leuten eigentlich geht, überhaupt nicht in Erwägung gezogen wird. Deswegen ist der berühmte Free Prayer Informed Consent, der von der UNO ja ausgehandelt wurde, eben ein Consent und nicht Consultation. Die Leute, die das gerne nutzen möchten, um sich reinzuwaschen, die tun dann so, als ob das C für Consultation steht, es steht aber für Consent. Ja, genau. Petra Röder hat noch eine Frage, wie stellen sich die First Nations denn die Zukunft vor? Es geht doch nur miteinander. Dann erinnert sie dich daran, oder erinnert sie dich daran, dass wir 2027 mit Wendell auf Tour waren, das war 2017, ja. Hallo, Petra. Ja, wie stellen sich die First Nations denn die Zukunft vor? genau in der Fragestellung ist zum Beispiel gerade ein Problem drin, weil es gibt nicht nur eine Vorstellung der Zukunft. Also, das ist auch eine Sache, die, wo ich am Anfang wirklich sehr drauf hingewiesen wurde. Also, als kleine Anekdote, warum ich so die Antwort erstmal beantworte. ich habe irgendwann mal eine von den Schu-Shop-Eldern eine Sache gefragt, die im Prinzip aus Dänne-Country kam, also eine ganz andere Nation, ganz andere Kultur, ganz andere Denkweise, also so unterschiedlich wie, ja, ich würde mal sagen, ich hätte fast gesagt Süddeutsche und Norddeutsche, aber noch eine ganz Hecke unterschiedlich am Endeffekt, weil es auch verschiedene Sprachen sind. Und ihre Antwort war ganz einfach, ey, keine Ahnung, wie die das denken. Die leben in einer vollkommen anderen Welt als wir. Und ich meine, wir hier haben halt immer so den Eindruck, die First Nation, genauso wie die Indianer, mit all meinem Respekt allen Leuten gegenüber, dass das so eine Einheit ist, aber es ist genauso eklektisch wie die Europäer. Ich meine, die Europäer gibt es ja auch nur irgendwo auf dem Papier, wenn man es mal so nimmt. Wenn man sich die einzelnen Länder anguckt, dann gibt es auch schon total verschiedene Meinungen. und wenn man sich dann nochmal die einzelnen Leute in den verschiedenen Ländern anguckt, dann gibt es genauso viele unterschiedliche Meinungen. Selbstverständlich geht es nur miteinander auf jeden Fall, aber es geht eben nur miteinander in dem Moment, wo sich alle gegenseitig respektieren. Und das scheint eben für viele das Problem zu sein, dass, okay, wirklich als grundlegendes Prinzip zu machen, da gibt es vielleicht verschiedene Ansichten des gleichen Problems. Wer entscheidet, welche die richtige ist? Oder muss überhaupt jemand entscheiden, welche die richtige ist? Wäre nicht eben im Betrachten aller dieser verschiedenen Ansichten die Möglichkeit, an einer bestmöglichen gemeinsamen Lösung ranzukommen? Und ja, also ich glaube, das ist auch das, worum es den meisten geht. Es ist auch eine Sache, deswegen, also heute, ich habe wirklich nur von meinem Standpunkt und nur für mich gesprochen, in all dem, was ich hier heute gesagt habe und das ist mir ganz wichtig, das auch nochmal zu erwähnen. Ich vertrete keine Meinung irgendwelcher Psychoakmisch, ich vertrete keine Meinung auch nicht die von Evelyn Camille. Ich habe sie zu Wort kommen lassen, ich habe so erzählt, wie bei mir manche Sachen angekommen sind, die sie mir erzählt hat. Aber es ist meine Weise, diese Sachen zu sehen. Es ist meine Vision, meine Interpretation der Sache eben auch. Und ich kann mich bei manchen Sachen auch komplett täuschen, gebe ich auch zu, also das stelle ich auch in Raum, ist auch möglich. Aber das ist eben genau die Dimensionen und das ist das, was man als in der Sozialisierung, die ich bei den Psychoakmisch erfahren habe, eben mitbekommt, dass man lernt, seine eigene Wahrnehmung zu schärfen und die Wahrnehmung eines anderen für genauso wichtig und respektabel wie seine eigene hält. Das ist ein fast schon ein wunderbares Schlusswort. Ich habe gerade mal eben auf die Uhr geschielt. Wir sind schon drei Minuten über die Zeit. Oh. Aber ich gebe dir gerne nochmal natürlich ein Schlusswort. Zusätzlich, wenn du noch was loswerden möchtest, bevor ich mich dann allerherzlichst bei dir bedanke. Ja, ich glaube, das ist es, das, was, glaube ich, mein größtes Anliegen ist und was wir, glaube ich, auch aus der Geschichte am meisten lernen können. Es gibt diesen schönen Satz, also der Respekt fängt an, nein, wie heißt es, in dem Moment, wo ich die Grenzen der anderen respektiere, fängt Respekt an. Okay, dann ist die Frage, was sind die Grenzen der anderen? Aber ich glaube, in dem Moment, wo man sich selber respektiert und vor allen Dingen selber merkt und anerkennt und lernt, sich selber gegenüber anzuerkennen, dass die Art und Weise, wie man auf Sachen schaut, eben sein eigener Blickwinkel ist, oder seine, ja, der eigene Blickwinkel ist auf jeden Fall, der eben auch kulturell geprägt ist, der durch Erfahrung geprägt ist, der durch alle Erlebnisse, die man hat, geprägt ist. Und eine andere Sache, die auch ganz wichtig, glaube ich, ist, ist zu versuchen, zu lernen, sich in die Perspektive des anderen reinzuversetzen. Also, wenn man eine Sache sieht, die einem erstmal komisch vorkommt, ich meine, ich habe ja auch verschiedene Kurse in Bezug auf Feldforschung und dergleichen gemacht, und ich habe eigentlich immer mit dem Satz angefangen, hütet euch vor dem Selbstverständlichen. Weil meistens genau in dem, was man für selbstverständlich hält, genau da die Fettnäpfchen drin schlummern. Und ich habe es selber oft erlebt, dass man wirklich, wenn man denkt, ah, das ist doch klar, das machen doch alle so. Nee, das sind genau oft die Sachen, die andere nämlich anders machen. Und dann über den Punkt zu kommen, das einfach nur komisch zu finden, sondern sich zu überlegen, okay, warum machen die das eigentlich anders? Das ist, glaube ich, der erste Schritt, um da wirklich zu einer Gemeinsamkeit zu kommen. Das ist zumindest mein Credo, des gegenseitigen Respektes und Miteinanderlebens. Und dann ist es eigentlich auch kein Problem, ob man gerne Soul mag oder gerne Hip-Hop mag oder gerne Klassik mag. Das ist dann halt jedes eigene Beliebnis. Oder wie ich, alles zusammen. Genau. Ich auch. Je nach Stimmung. Ja, ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Verlangen, ja. Verlangen. Also, ich bin platt, dass wir jetzt schon hier den ganzen Abend miteinander verbracht haben. Ich finde das, ich habe es in der Planung schon toll gefunden, dich an Bord zu haben. Ich finde, das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Danke. Und ja, und möchte nicht verpassen, was mir hier Caro so fliert hat, nochmal kurz auf die nächste Veranstaltung hinzuweisen. Am 12. April ist die nämlich von der Sieben bis Abflin Zerstörung kurdischer Familien durch die Türkei. Aber jetzt das letzte Wort gilt natürlich dir. Vielen Dank. Ja. Ich hoffe, das war die letzte Zusammenarbeit. Das hoffe ich wirklich sehr. Ja, definitiv. Also, vielen Dank nochmal von meiner Seite für die Einladung, auch für die Dankesagung, die ich da gerade im Chat alle sehe. Es freut mich, dass so viele Leute sich dann doch eingeschaltet haben und ich hoffe, dass wir da zur Aufklärung was haben beitragen können. Und immer wieder eine große Freude mit dir zusammenzuarbeiten, Yvonne. Und ich hoffe, dass es auch weitergeht mit der GfBV, wenn du dann nicht mehr mit dabei sein solltest. ist. Ja, naja, also man kann ja auch ehrenamtlich arbeiten. Genau. Also der Hintergrund für euch alle, die ihr noch zuhört, ist der, dass ich im Sommer in Rente gehen werde. Aber dann habe ich ja den großen Luxus, dass ich mir die Sahnehäppchen rauspicken kann, zu denen ich noch weiterarbeiten möchte und alles andere einfach weglassen kann. Das ist auch was Feines. Genau. Ja, nein, es hat mich sehr gefreut und es ist ein Thema, wozu es noch viel zu sagen gibt und das bestimmt uns auch noch eine Weile weiter beschäftigen wird. Lina, ich danke dir. Und ich danke auch Caro, die im Hintergrund für euch alle unsichtbar die Technik handelt und wünsche euch beiden noch einen wunderschönen Abend. Ebenso an euch beide auch. Also dann. Tschüss.